So, ich bin momentan bei der Stadt Felix Romuliana. Das ist das ehemalige Palast vom Kaiser Galerius, der 311 gestorben ist. Und dieser Kaiser hat sich hier bestatten lassen, diese Nekopole, mit seiner Mutter Romula. Und das ist die Frage, ob es um diesen Palast herum nichts anderes hätte. Die Uni Frankfurt hat 2007 und später noch Prospektionen gemacht mit Georadar. Und sie konnten feststellen, dass es einiges mehr hat um diese Palast herum. Und zwar ein grosse Basiliken, ein ähnliches. Vielleicht war es sogar auch eine Stadt.